Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Henning, ich bin der Produktmanager von Knoche Maschinenbau und ich möchte Ihnen heute gerne die Satbettkombination unsere ProMax vorstellen. Neben den klassischen Ackereggen bieten wir Ihnen zwei weitere Produktreihen zur Satbettbereitung an. Zum einen ist das die angehängte Terra mit Arbeitsbreiten zwischen 3 und 9 Metern und zum anderen ist das die angebaute ProMax mit Arbeitsbreiten zwischen 3 und 7,50 Meter, so wie wir sie hier sehen. Gekennzeichnet ist die Konstruktion des ProMax durch seinen modularen Aufbau. Dieser modulare Aufbau des ProMax beginnt direkt hinter den Schlepperhinterrädern. Dort lassen sich optional gefederte und nicht gefederte Spuren lockerer montieren. Ebenfalls bildet die Planierschiene mit Zinken ein erstes Einebenungswerkzeug und wird gefolgt von dem vielseitigen Engenfeld in der Mitte. Abschließend bilden die beiden Walzenrückverfestigung und Krümeleinheit in 1. Zusätzlich dazu ist jedes Element nur 1,5 Meter breit und bildet durch die pendelnde Anhängung perfekte Anpassung an jede Bodenunangehebenheit. Die optionalen Spurlockerer des ProMax, die an dieser Maschine nicht verbaut worden sind, geben Ihnen den enormen Vorteil, dass Sie nicht die gesamte Arbeitsbreite der Maschine senken müssen, sondern punktuell hinter den Schlepperhinterreifen die Verdichtungen lösen können. Dadurch vermindern Sie die Gefahr einer Überlockerung des Satbettes und sparen auf der anderen Seite wertvolle Arbeitszeit und wertvollen Kraftstoff ein. Die optionale Planierschiene des ProMax bietet Ihnen den großen Vorteil und gibt Ihnen die Vielfalt, dass die Maschine auch problemlos nach einer Flugfurche eingesetzt werden kann. Die Planierschiene ist gefedert und mit Zinken ausgestattet, wodurch die Flugfurche und Schollen effektiv gebrochen werden, eingeebnet werden und so perfekt auf die Arbeitung mit dem späteren Engenfeld vorbereitet werden. Das Hauptaugenmerk des ProMax liegt auf seinem Arbeitsfeld. Dieses Arbeitsfeld lässt sich mit fünf verschiedenen Schar- und Zinkenformen ausstatten und gibt Ihnen dadurch den großen Vorteil, dass Sie die Maschine perfekt auf Ihre Anforderungen und auf Ihren Standort hin konfigurieren können. Sogar kleine Gänsefüße lassen sich an die Schare montieren, wodurch Sie Wurzelunkräuter und Zwischenfrüchte abschneiden und perfekt in den oberen Bodenhorizont mit einarbeiten können. Welche Schare und Zinken es im Einzelnen gibt, erfahren Sie im Link unterhalb des Videos. Die Strichbalken und Scharabstände der Maschine differieren je nach Ausstattung der Zinken. Auch diese finden Sie entweder in der Produktbroschüre oder auf der Website. Die Arbeitsfelder des ProMax sind zwangsgeführt und lassen sich bequem über eine Parallelogrammeinstellung in der Tiefe einstellen und so im Boden führen. Als Nachlaufwalze stehen Ihnen zwei verschiedene Walzen zur Verfügung. Das ist zum einen die hier ausgerüstete Doppelkrümlerwalze oder aber auch die Flachstegwalze als Einzelwalze. Die Doppelkrümlerwalze hat den enormen Vorteil, dass sie je nach Standort und Bodenansprüchen nicht nur rückverdichtet, sondern auch perfekt krümelt und so den Boden auf ein perfektes Saatmet hin vorbereitet. Weiterhin bietet ein Nachlaufstriegel hinter der Walzeneinheit nochmal eine sehr gute Möglichkeit, den Saathorizont nochmals einzuebnen, Kluden zu zerkleinern oder aber auch Unkräuter oben auf der Bodenoberfläche abzulegen, wo sie vertrocknen können. Dies dient der Erstellung eines falschen Saatbettes. Ein wirkliches Highlight des ProMax ist sein Gewicht. Die 6 Meter Ausführung der Maschine wiegt keine zwei Tonnen und kann sogar bis zu einer Arbeitsbreite von 7,50 Meter, so wie wir sie hier sehen, im Heck des Schleppers getragen werden. Alles in allem bieten Ihnen der modulare Aufbau und die vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten des ProMax, eine interessante und flexible Maschine zur Saatbetbreitung, Gülle oder Zwischenfruchteinarbeitung oder aber auch zur Unkrautbekämpfung. Sollten Sie Fragen haben oder an einem Test mit dem ProMax interessiert sein, so lassen Sie es uns wissen. Schreiben Sie uns einfach direkt hier bei Facebook oder Instagram oder eine E-Mail an infotknochen-maschinenmob.de. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Saison und natürlich eine ertragreiche Ernte. Bis bald! Bis bald! Bis bald!